Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Atelier Iris Eternal Mana Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wie Black Games for You. Ja, genau. Wir sind jetzt in der Unterstadt quasi angekommen mit unserem Kleinen. Wir müssen jetzt auch schon die ersten Quests erledigen. Das werden wir jetzt in der Folge auf jeden Fall erledigen. Ein paar Botengänge unternehmen. So, genau. Schön rausgehen. Sollen wir hier oben in dem Magie-Shop was abgeben? Hat er uns gesagt. Und dann aber auch wieder unten auf der Straße entlang. Da soll es auch noch was geben. Sehr gut. Die Frage bei wem? Mit der haben wir vorher nicht geredet. Mit all den Materialien ist dieser Laden besonders gut für die Nachforschung geeignet. Okay. Was mit dir hier? Könne ich dir helfen? Ist das der Magie-Laden? Ich soll dir hier eine Lunchbox abgeben. Oh, es ist von Onkel Norman. Danke dir. Abgegeben. Violas Lunchbox. Da hat er nichts zu sagen, der Kleinen. Kann ich hier mit irgendwas helfen? Ich bin nur in all den ganzen Kram interessiert. Bist du auch ein Alchemist? Ne, ich bin es nicht. Wie dem auch sei. Ich habe all diese Sachen gemacht. Echt? Also ich nehme mal an, du bist ein Alchemist. Ja. Na klar bin ich einer. Ah, interessant. Ja. Weiß ja nicht, was er darauf antworten soll. Dann solltest du Lailas Groceries, so Alltagswaren-Geschäft so. Sie hat viele Sachen, die man angucken kann. Da solltest du doch hin. Kannst jetzt gehen. Ja, super und besonders nett. The Street from the Bar. Okay, also es müsste entlang der Straße sein, von der Bar aus gesehen. Ich denke, da werden wir uns jetzt hinbegeben. Ja. Hier wahrscheinlich, oder was? Was ist das denn? Können wir hüften? Zumindest nicht dorthin. Oder meinen die gegenüber der Straße? Vielleicht ist das der Laden hier. Hallo? Ah, das ist diese Laila. Hallo. Du bist hier neu, oder? Ja. Ich soll hier eine Lunchbox abgeben. Vom Bargeber. Abgegeben. Lailas Lunchbox. Lailas Lunchbox. So. Vielen Dank. Sag Mr. Norm, dass ich Hallo sage. Das Mädchen im Magie-Shop hat mir erzählt, dass du hier vielleicht interessante, äh, beziehungsweise, dass du hier Alchemie-Waren hast. Alchemie, was ist? Es ist, äh, hast du noch nie von Alchemie gehört? Äh, Viola hat dir das erzählt, oder? Ah, sie hat wahrscheinlich über diese Box gesprochen. Hm, ich hatte eine Box in dem hinteren Raum für eine ganz, ganz lange Zeit. Eine Box? Da ist eine Blumenvase oder irgendwas in der Art in der Box. Das ist wahrscheinlich, was sie meint. Eine Blumenvase? Ja, es war in der Box. So habe ich mich dazu entschieden, beides zu behalten. Ich habe echt keine Ahnung, wofür die da sind. Guck es dir doch mal an. Das müssen wir da hinten hin. Meint wohl diese Box hier. Bekommen haben wir einen Heal Jar. Was macht ein Heal Jar hier? Also eine Heilpott oder sowas? Oh, Popo ist wieder mal da. Ist es nicht eines der, ist es nicht einer der Gegenstände, die in deinem Buch vorkommen? Ja, es ist ein Mana-Gegenstand, hergestellt mit Alchemie und hat heilende Fähigkeiten. Oder Eigenschaften. Gehen wir jetzt. Und ein Pot, okay. Klein lernte diese Heal Jars herzustellen, diese Heilpott sozusagen. Ich kann so viele machen, wie ich will. Solange ich genug Elemente und Mana habe. Klein kann herausfinden, wie viele Elemente gebraucht werden, um ein Mana-Item zu synthetisieren. Mana-Items können synthetisiert werden mit der Hilfe von erhältlichem Mana oder verfügbarem Mana. Möchtest du dir das Mana-Item-Tutorial ansehen? Ja, das wollen wir. Ja. Was ist ein Mana-Item? Willkommen zu Popos, Taschen, Größen, Vierte, Mauer, Lerneinheit. Wie auch immer. Was ist ein Mana-Item? Sieht so aus, als hättest du eines von diesen Mana-Items gefunden. Klein ist der einzige, der Mana-Items benutzen kann. Du kannst Mana-Items herstellen, die du gefunden hast. Durch Mana, wie ihn. Wie er ist auch Mana, okay. Mana-Items sind wirklich wichtig. Du findest sie unter anderem in Schatzdrohung. Also wir sollen nach diesen Schatzdrohungen Ausschau halten. So, überall. Hier ist schon ein Stückchen. Genau, wir sollten so viele Items wie möglich versuchen zu sammeln. Außerdem gibt es hier noch einen extra Ratschlag. Mano-Items sind unnütz, solange man nicht genug Mana hat, um sie herzustellen. Also ist mehr Mana zu finden genauso wichtig, wie die Mana-Items selbst zu finden. Ich werde die Herstellung in einem der nächsten Tutoriale erklären. Aber das ist es für heute. Wir sehen uns das nächste Mal. Wieder was Neues gelernt. Apropos weiß anscheinend eine ganze Menge. Ja genau, also wir können es uns wieder angucken, ganz normal. Das wissen wir ja schon. Genau, jetzt gucken wir uns noch dieses Mana-Herstellungs-Tutorial an. Ja. Mana-Herstellung. Oh, jetzt sind sie wieder zu zweit da. Willkommen zu, äh ja, wieder Popos vierte Mauer. Wunderbare Alchemie der Einheit 401. Die heutige Stunde ist über Mana-Herstellung. Alchemisten wie ich, können neue Objekte herstellen, mit der Hilfe von Mana-Geistern. Was Klein versucht zu sagen, ist, dass Alchemisten super toll sind. Ja, jetzt mal weiter. Wir müssen den Dreiecksknopf drücken und Mana-Synthese auswählen. Aus dem Menü, okay. Dann können wir das im Menü wohl herstellen. Du kannst ein Item aus der Liste wählen, aber du brauchst genug Elemente, um es herzustellen. Der Liste sehen wir ja da gerade. Wenn du dich entschieden hast, welches Item du herstellen möchtest, brauchst du oder musst du einen Mana-Geist wählen für jede der Zutaten. Jeder Mana-Geist hat, ähm, seine eigenen Spezialitäten oder Spezialgebiete. Das solltest du bedenken, wenn du sie zuteilst. Du bist ein Mana-Geist, äh, das der Wald-Element, beziehungsweise das Holz-Element ist. Also sollte ich dich wählen für Wasser- oder Holz-Zutaten. Genau, Klein-Mana-Geister werden die Zutaten erhöhen oder verbessern, wenn sie denn zu ihrem Element passen. Verschiedene Mana-Geister werden verschiedene Mengen an Elementen brauchen. Nach dem Wählen des richtigen Mana-Geistes, äh, musst du nur noch entscheiden, wie viele Items du machen willst. Lass uns anfangen. Okay. Pass auf, zu dem, was der Mana-Geist sagt. Was? Er hört sich, äh, irgendwie an. Cranky, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich höre da gerade gar nichts. Er muss erschöpft sein. Wenn man Mana-Geister dazu zwingt, zu arbeiten, wenn sie ausgepowert sind, kann es die Beziehung zerstören oder verletzen. Und was auch noch zu sagen ist, äh, unfreundliche Mana-Geister tendieren dazu, viele Fehler zu machen. Wenn du ein guter Alchemist bist, solltest du dir aber darüber keine Sorgen machen müssen. Okay, besser aufpassen, wenn sie solar waren. Mana-Geister sind auch Menschen. Äh, um sicher zu sein, lass die, lass die sich auch ausruhen, wenn sie müde sind. Hey, was ist los, äh, oder beziehungsweise was passiert, wenn ich denn die Gefühle eines Mana-Geists verletze? Jeder mag Geschenke, richtig? Also Elemente sammeln, oder... Ne, genau. Elementaritems sammeln und denen schenken ist wohl das Beste. Die Beziehung wird sich verbessern, wenn du ihnen Geschenke gibst. Und, äh, als kleinen Hinweis, er mag wirklich gerne pflanzen. Oh, hab ich gar nicht gefragt. Du könntest auch netter sein, Klein. Außerdem, da sind, äh, einige Vorteile, wenn man, äh, freundlich gestimmte Mana-Geister hat. Die könnten dir extra Items machen. Oder du könntest sogar, äh, dich in sie verlieben. Okay. Das ist, äh, ein Schritt zu weit, Popo. Na, zumindest wissen wir jetzt, dass du mal aufgepasst hast. Also, wenn du nett zu den Mana-Geistern bist, werden sie auch nett zu dir sein. Logisch, gesunder Menschenverstand, mehr oder minder. Das ist alles für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, Popo, für die Lehrstunde. Genau. Ich hab das Gefühl, da kommen noch einige Tutorials auf und zu. Aber bisher finde ich's nicht schlecht, muss ich sagen. Genau. Können wir wieder angucken. Oh, jetzt kommt's ja. Wo hast du dieses, äh, diesen Heil-Potion, wo hast du die gefunden? Also, war es nicht wirklich eine Blumenvase? Ich hab's, äh, ich hab diese Box am Fuße eines Berges, äh, gerade nördlich der Stadt gefunden. Da sollen, äh, viele versteckte Schätze in der Stadt und auf der Spitze des Berges sein. Ja, wahrscheinlich sogar mehr alchemistische Items. Hey, und ich hab gedacht, es wär ne Vase. Ah, ich denke, es war vielleicht ein bisschen dumm. Na, ja, okay, du kannst sie haben, wenn du möchtest. Äh, sie ist als Tausch an für die Lunchbox. Weißt du noch etwas anderes über diese Bergstadt? Ah, es sind alles nur Mythen. Oh, warte. Ich denke, Norm, der Barkeeper, kennt die Legenden sehr gut. Du solltest ihn darüber fragen. Oh, okay, danke. Wer, wer ist das? Ha, 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 ha. Okay. Wenn du sagst, alte. Können wir mal da unten gucken. In Leuten ins Keller rumschauen, ist immer eine gute Angelegenheit. Besonders wenn's... Was ist hier los? Was ist das denn? Eine Art Puzzle-Zeug, sowas. Ich denke, da müssen wir nachher hin. Auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Was ist hier los? Ah, was sollte ich heute noch kaufen? Keine Ahnung, Dame. Was gibt's denn hier? Nichts. Und du? Ah, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, gut. Gibt's denn hier? Na, mit dir rede ich jetzt noch nicht. Gehen erstmal zum Bartender. Wir hatten, glaube ich, schon geredet gehabt. Wo war jetzt die Bar? Hier war die Bar. Okay, alles klar. Was ist das denn da für einer? Aber wir müssen erstmal mit ihm reden. Okay, Normen. Was? Wir sind schon wieder zurück. Hier ist seine Belohnung. 535... Äh, nee, nur 100 Kohle. Egal. Was ist das? Es sieht aus, als gäbe es eine Stadt auf der Spitze des Berges. Jetzt guckt er sich erstmal um. Pssst, nicht so laut. Die könnt ihr nicht hören. Alter, was geht denn mit dem da ab? Guckt euch mal den da oben rechts an, als hätte er irgendwie... Also... Ach, das ist eine Brille. Mua. Schrecklich. Klein sagt... Äh, die? Tut mir leid, dass ich überhaupt was gesagt habe. Äh, ich kann nicht frei darüber sprechen. Es wäre besser, wenn du diese Stadt vergisst. Oder ist er mit der Brille? Der mysteriöse Mann. Wieso gehst du nicht selbst hin und guckst sie an? Delsus ist wohl der Name von dem Kerl. Was weißt du über die Stadt? Da gibt es einen Turm westlich von hier. Ich wette, du könntest von dort einen besseren Blick werfen. Hä? Die, äh, Stadt war reich mit, äh, Mana-Kraft. Also war früher reich mit Mana-Kraft. Aber das ist schon lange, lange her. Mana, also du kennst dich mit Mana aus. Nicht so sehr. Aber ich kenne die Mana, die Natur der Mana-Kraft. Das ist richtig. Die Geister, äh, des Feuers, des Winds, des Wassers, der Erde. Ja, also alles ist ja aus Mana gemacht. Egal. Die haben etwas hergestellt mit der Kraft des Manas. Die haben Mana benutzt. Das ist Alchemie. Kannst du mir erzählen oder erklären, wie man dorthin kommt? Ah, tut mir leid, Kind. Kleiner, wie auch immer. Das ist nicht ganz so einfach. Wieso nicht? Wenn du auf die Spitze des, ähm, Waldturmes gehst, wirst du es selber sehen. Da hast du ja, äh, möglicherweise die beste Sicht, oder wahrscheinlich die beste Sicht. Du wirst es verstehen, wenn du es gesehen hast. Wir können jetzt zum mysteriösen, ähm, Turm von I-Fan, äh, wandern, reisen. Wollen wir, äh, wollen wir eine Karte sehen von diesem Turm? Ja, klar. Schauen wir uns mal an. Das ist die Stadt wohl. Wo ist der Turm? Ganz schön stückweit weg. Sieht ein bisschen aus wie ein Vulkan, oder so. Das ist ein Riesenturm, ey. Okay. Vielleicht gucke ich mir das an. Und auf jeden Fall einiges an Informationen bekommen, trotz allem. Hm, ich sollte ein Auge auf dem behalten. Also, ich kann nicht dafür garantieren, dass es da kein Ärger gibt. Ja, dann würde ich mal sagen, die Frage ist, wie travelt man denn dahin? Das ist jetzt die große Frage, die sich mir stellt. Wie können wir diesen Ort hier verlassen und dort hinkommen? Beziehungsweise, macht das überhaupt Sinn, dort hinzugehen? Na, da will ich doch gar nicht. Leute, Leute, Leute. Was macht ihr denn hier mit mir? Gucken wir vielleicht mal einfach hier raus. Genau, und jetzt müssen wir hier durch, glaube ich. Ab in die Wälder von Lapis. Okay. Können wir hier einsammeln. Ist das was? Grüner Pfeffer. Das ist doch der Weg, von dem wir gekommen sind, quasi. Gucken wir hier was kaputt haben. Was ist das denn? Noch was bekommen. Schick, schick. Oh, was ist das da oben? Verdorbene Neu. Was auch immer Verdorbene Neu sein soll. Gucken wir hier raus. Ja. Ja. Okay, weiter geht's. Ich will gerade mal was gucken. Wollte mal nachgucken, ob man da vielleicht speichern kann, auch im Menü, wenn man auf der Weltmap ist. Geht aber anscheinend nicht. Jetzt gehen wir hier in den Turm. Der Turm von... Ach, was ist hier los, ey? Wo wir gegenhauen oder so? Aber hüpfen können wir aber nicht. Kacki-Riegnüsse. Hohes Magik-Gras. Kann man ja jeden Scheiß einsammeln, ey. Gibt's ja gar nicht. Sollten wir da jetzt reingehen? Okay, wir sind einfach reingegangen. Hoffentlich war's jetzt kein Fehler. Ach, ne Schatztruhe. Und ne Sequenz. Das sieht nachm Eingang aus. War ein Tor oder sowas. Auch interessant. Du kannst jetzt zum Händenmilztor reisen. Okay. Das ist wohl das Problem, wahrscheinlich. Ähm, Herbal Drop, was auch immer es sein mag. Ich kann Mana-Kraft fühlen. Es muss ein Mana-Item sein. Ja, es sieht aus wie ein Herbal Drop, was auch immer es ist. Was macht ein Mana-Item hier oben? Hat dieser Turm irgendetwas mit Alchemie zu tun? Vielleicht hat dieses Mädchen im Magie-Shop wirklich die Wahrheit erzählt? Ich sollte noch mehr Mana-Items finden, wenn ich mich zu den Bergen vorarbeite. Was ist jetzt los? Achso, jetzt hat er es gelernt. Okay, ich verstehe. Sieht aus wie ein Zäpfchen. Können wir jetzt herstellen, diese Herbal Drops? Um die herzustellen, brauchen wir Feuer- und Waldelemente. Und Popo kann keine Feuerelemente benutzen. Wir müssen einen Mana-Geist finden, der mit Feuer umgehen kann. Müssen wir schon mal Bescheid. Hier oben gibt es eigentlich nichts mehr. Ah, wieder was einsammeln. Okay. Outer Zutaten. Uh, was ist da hinten? Eine alte Pinion-Nuss oder wie auch immer. Jetzt gehen wir wieder zurück. Irgendwie rennen oder so? Scheintlich. So. Ganz schön neblig hier der ganze Spaß, muss ich mal sagen. Wir ab in die Wälder und einsammeln, was wir einsammeln können. Da oben ist wieder so eine... Lue, der Tracker, das letztes Mal neu geheißen hat. Und wie dem auch sei, grünen Pfeffer kriegen wir hier wieder. Hier, was ist das? Alter Rauch. Okay. Was ist jetzt los? Jetzt habe ich zu früh X gedrückt. Okay. Ab nach Kavok. So. Können wir da hochheben, irgendwie? Ich würde es ausprobieren. Hier gibt es ja trotz allem überall so Sachen, die man nehmen könnte. Rein für richtig. Tatsache. Hier gibt es... Was ist das? 260 Kohle haben wir gefangen. Auch die Blumen können wir aber nicht hüppen, warum auch immer. Okay. So. Ich denke, einsammeln wird hier das Wichtigste sein. Und das wäre so unsere Basis, mehr oder minder. Das wäre einer. Ah, also du machst es nur wegen dem Geld. Das habe ich nicht gemeint. Ne, ist schon in Ordnung. Warum solltest du es tun? Oder warum sollst du es tun? Gucken wir uns nochmal ein bisschen hier Mana-Synthese an. Vielleicht können wir da ja schon was machen. Bomb-Eis kann man machen, feintheoretisch. Wir haben genug Wasserelemente. Ja. Na, dann mal los hier. Machen wir mal vier. Na, auf. Und jetzt? So funktioniert Alchemie. Ja. Es schmeckt wie Kegel. Wenn du es sagst. Oh, ja. Ich bin Nummer eins. Oh, oh, ja. Ich bin Nummer Nummer eins. Okay. Viel Stück haben wir hergestellt. Also keins mehr, als wir hatten. Machen wir davon mal zwei. Ja. Lass uns das gehen. Der hat ja offensichtlich noch Spaß dran. Können wir nur eins machen, aber egal. Ein bisschen Heel ist auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich behaupten wollen. Oh, this is easy. Wenn du es sagst. Wuhu, I did it. Give me five, Clayne. Okay. Ein Heelport haben wir gemacht. So. Gucken, ob wir ihm was schenken können. Geben wir in den grünen Fässer. Hey, thanks a bunch, Clayne-O-Buddy. Oh, das mag er sogar. Sehr gut. Mal gucken mit der Nuss. Dann kriegen sie auch Energie wieder zurück mit Geschenken. Das sind ja ganz einfache Kerlis. So. Dann würde ich aber trotzdem sagen, dann speichern wir an dieser Stelle. Wir haben ja doch einiges rausgefunden und gelernt. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.